Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Kürbungs und Dosenbett zu den S04 News. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, wir halten euch hier auf dem Laufenden, was natürlich auch Schalke 04 angeht, in Bezug auf die Vorbereitung auf das erste Spiel am Freitag, aber logischerweise auch bedingt durch die Corona-Situation. Denn nun ist auch klar geworden, wer infiziert ist und ihr seht schon am Thumbnail, es ist Ralf Fährmann. Denn wie Dirk Große-Schlamann von Sky als erstes gemeldet hat, hat Ralf Fährmann im Verein sein Einverständnis gegeben, dass S04 seine Corona-Erkrankung bekannt geben darf. Sicherlich mit so einem Thema auch zu Recht nicht gescherzt, deswegen ist das leider jetzt auch klar, dass es eben Ralf Fährmann getroffen hat. Generell ist es natürlich schlimm, dass es überhaupt wen trifft, aber natürlich aus sportlicher Sicht nochmal umso bitterer, dass es Ralle trifft. Also mir tut das wirklich unglaublich leid für den Kerl, weil er sich zum gefühlt hundertsten Mal auf Schalke durchgesetzt hat, mal wieder seine Konkurrenten ausgestochen hat. Er war schon gefühlt fünfmal weggeschickt worden auf Schalke, ist umso stärker zurückgekommen. Er war so fit wie lange nicht mehr. Also wer ihn beobachtet hat, wer auch ein bisschen sich informiert hat, weiß, Ralf Fährmann hat extrem viel auch für seinen Körper getan, hat viele Läufe auch mitgemacht und das ist nicht selbstverständlich für so einen Keeper. Ja, und das ist schon Wahnsinn, wie er sich reingehangen hat und nun fällt er halt aus. Natürlich ist das im besten Falle mit der Erkrankung, wenn du keine Symptome hast, eine Sache von zwei, drei Wochen im besten Falle. Trotzdem ist das für uns natürlich auch aus sportlicher Sicht extrem schwierig. Wir haben Markus Schubert abgegeben, bliebe aktuell nur Michi Langer. Ja, Nummer zwei, Michi Langer, habe ich schon vor ein paar Tagen gesagt, bin ich komplett einverstanden mit. Ich traue ihm auch das Spiel gegen Hamburg zu 100 Prozent zu. Also wirklich 100 Prozent meiner Unterstützung hat Michi Langer. Aber es soll nun wohl auch, laut Dirk Große-Schlammann, kurzfristig noch einen neuen Keeper geben. Am besten noch vor dem HSV-Spiel. Da bin ich mal gespannt, was es dann für einen Keeper sein wird. Ich habe ja auch schon selber gesagt, wenn ich mir einen neuen Keeper wünsche, dann wirklich einen dritten Keeper, der jung ist, aber jetzt auch erst im Profibereich reinschnuppert. Ich hoffe, genau so einen wird es geben, der halt dann auch in den nächsten zwei, drei Spielen erstmal auf der Bank sitzt und Michi Langer wird spielen, weil ich traue Langer die Nummer zwei zu 100 Prozent noch einmal zu. Trotzdem bitter für Ralle, weil ich glaube echt, dass der uns richtig was bringen wird im Kasten. Schade. Kurzes Update zu Dominik Drexler, auch die Person hatten wir heute Morgen schon. Aktuell ist er beim Medizin-Check auf Schalke, aber Schalke will dieses Thema einfach komplett in Ruhe durchbringen und deswegen ist er auch nicht mit ins Quarantäne-Tringslager heute gefahren. Da wird dann wahrscheinlich die nächsten Stunden oder auch morgen früh es offiziell werden. Also viel Durcheinander auf Schalke. Es ist schade, dass es auch in einer Phase ist, wo man sich wirklich eigentlich komplett auf das Freitag-Anspiel konzentrieren wollte. Ich glaube schon, dass das für Unruhe sorgt und auch nicht so angenehm ist in der Vorbereitung. Und trotzdem nochmal jetzt auch persönlich, Ralle Fährmann, gute Besserung. Ich hoffe nicht, dass es was Schlimmes ist. Weiß man ja nie genau. Und dann hoffe ich mal, dass wir ihn bald wieder am Platz sehen. Und deswegen zusammenfassend, Fährmann ist infiziert, hat er selber sein Einverständnis gegeben, dass es bekannt gegeben werden darf. Es soll ein neuer Keeper kommen. Im besten Fall noch vor dem HSV-Spiel. Und Drexler ist aktuell im Medizin-Check. Das sind die aktuellen News aus Schalke. Ihr seht hier auf Körerwurst und Dosu ist wahrscheinlich die nächsten Tage viel los, was sowas angeht. In dem Sinne eure Meinung gerne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, ciao und Glück auf an alle Schalke und besonderes Glück auf an Ralf Fährmann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.